So, ich mach ein Video. Echt? Das wollen ein paar Scheißen, das läuft schon. Wollen ein paar Scheiß-Kommentare von euch. Ein paar Scheiß-Kommentare. Anscheißen! Was hat der denn am Team weggelegt? Ja, so ne Macke. Ein Satz da, der dort um die Rückenflosse ist auf Wall-Assi. So angefressen. Ist vorne gar nicht mehr richtig da. Das stimmt. Jetzt mit dem Sack weg. Freiheit! Das ist der Weg! Herr Lass, herzlichen Bewunsch! Vielen Dank.